Nummer 6 Nummer 6 Schaust du die ganzen Ladosequenzen raus? Jaa, natürlich Ich hatte dabei der Rad mit dem Rumpfling vergessen und ich hatte nicht gesehen, dass du schon auf dieser Brücke warst m hihihi ja, oh, da fällt mir grad ein uuuuuh, tada so, und ja, na, Joltz, und Joltz geht da so grad lang dübdyddybdy, ja, gehen wir schon da lang knoppdyddyddy sagt, ob es auch arm in Schnüssel gesoffen, hundelö, pprr hihihi mach klar Uh, Rester essen, zwei Kinder Penguins und zwei Madlenen brrrr brrrr ich darf da auch in Schokolade reilen ja irgendwo, ja oder ne scheiße ich hab da habe Ohhohoho Ohaha um für das Prost nicht eine gute Entscheidung wo die med mitfolgte und das kommt Rettlauf Bist du top? Ne, ich tue nur so, bitte bitte Was ist los? Ne, ich tue nur so Was willst du da wirklich machen? Nimmst du auf? Ja, ja Nö, 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 nö Wenn du das auf Band hast, ey, dann bist du das echt an der Star Ich hab das auf Band Ja, wahrscheinlich so, oh, er würde nicht mehr rauskommen Wir bringen ihn einfach um Oh man, ey Ich muss ja auch immer so Ne, bis dann nicht, oh, er würde sowieso nicht mehr rauskommen Wir bringen ihn einfach um Genau Oh man, ey Typisch amerikanisches Computerspiel Dann so zwei Tage später spioniert Und so die NSL wieder raus, ey Ja, genau Aha, die Deutschen haben was gegen die Amerikaner Wir müssen sie töten Oh mein Gott, wie kommt das auf meine Haustür? Boone Oh Lebkuchen 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 Und das Geile ist, meine Mutter wird nicht wissen, dass ich sie eben teilweise erst gegessen habe Guck, weil du eine Verpackung hast Ne Die Verpackung Ist in Form eines Balles Nein Ich habe die Bar Ich habe sie gegessen Ja 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 Vielen Dank.